Digga, hast du gesehen, wie Sporting von ManCity abgeschossen wurde? Ja man, das hätten wir sein können. Siehst du, deshalb sind wir auch in der Gruppenphase rausgeflogen. Genau, Moment, was? Ach, Europa League, das wird ein Kindergeburtstag. Also wenn ihr das glaubt, da seid ihr aber etwas schief gewickelt, Dortmund. Deine Mutter ist schief gewickelt. Dortmund, nicht cool. Komm, schick mir meinen Gegner rein. Ich mach ihn fertig. Dortmund, wir verprügeln euch jetzt zu Hause. So wie Leverkusen letzte Woche. Träum weiter, du Opfer. Leverkusen, Schlüssel. Komm sofort. Was für Schlüssel? Wir werden doch wohl nicht... ...von den Rangers überrollt werden, oder? Naja, wie sag ich das jetzt? Doch, Digga, ihr seid ja peinlicher als Schalke, Dortmund. Oh oh. Alter, ich kann gar nicht hingucken. Das ist so peinlich, Mann. Ja, was hätte man denn tun sollen? Na, vielleicht mal die Schotten dicht machen. Und mit was bitte? Gin Tonic? Oder Bier? Ja, was? Naja, du sagtest, die Schotten dicht machen. Ja, die Schotten dicht machen. Das heißt, ihr sollt vernünftig verteidigen, Mann. Ach so. Ne, das geht nicht. Digga, wir sind am Arsch. Kopf hoch. Gibt ja wenigstens keine Auswärtstorregel mehr. Ja, ganz toll. Daumen hoch und checkt euch gern meinen Zweikanal ab. Ciao.